...in der Zeitung. Der Staat hat gerechnet, geplant und verworfen, ständig Minderungen, abends auf der Bahn geworfen. Diese Sorgen sind heute vergessen. Europa entfernt und gestellten. Wir denken, sei Dank gemacht, was seid ihr ohne Sinn gemacht. Denn Architekt gibt den Ingenieuren und allen, die zu dem Staat gehören. Ob Polier, Lehrling oder der Selle, jeder hat sein Bestes getan an seiner Stelle. Wenn man jetzt auf dieses Bauwerk tritt, kann man mal sagen, es ist ein Glück. So wird es ein gelungenes Feuerwehrhaus und sieht auch im Ober auch schon ganz stark aus. Ich wünsche den Bauern recht Glück, hoffentlich denkt er gern an uns zurück. So trinke ich ganz speziell, ihr Liebenleut, auf dem Bauern, dem Gebäude, dem Architektik und all die anderen wichtigen Leute. Sie leben hoch, hoch und nochmals hoch. Alles Gute wünsche ich den Polieren und Gesellen. Ich will sie hier mit allen Einzelnen vorstellen. Gutes wünsche ich den Alten und den Jungen, die alle hier am Bau sind herumgesprungen. Auch den Männern und den Frauen, die hier nach oben schauen. Ich will ganz schnell nach einem Leben, auf das das Handwerk soll lang leben. Und wenn nun gleich das Glas zerschellt, dann alles Gute der ganzen Welt. Dann schütze dieses Haus vor Feuer, Wasser, Wind und Menschen, die nur Böses denken. Prost! 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 Nun Glas zerschmetternet tief im Dunck, je weit sei dieser Bau zur Stunde. Prost!